Das sind wenigstens Sitzungen, wo was bei rauskommt hier bei der Stadt, dann machen sie auch Sitzungen hier, das sind aus 50 und kommen nichts bei raus, aber hier werden Sitzungen gemacht, oder wurden Sitzungen gemacht, da kommt was ganz tolles bei raus und da freuen wir uns auch drauf und wenn sie jetzt hier aufstehen, da weiß ich ganz genau, dann rasen sie es nach Edikheim, denn da geht es ja schon los, nicht? Da ist ja schon dieser Festakt und da müssen sie wieder präsent sein und liebe Zuschauer und morgen und übermorgen und am Montag gehen sie nach Edikheim, da lassen die Edikheimer hier die Kuh pflegen, da ist der Liederkranz hier voll in action und da wird was geboten, bedanke mich schön, dass sie da waren, meine Damen, wünsche Ihnen toi 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 für das Jubiläum und wir sehen uns ja auf jeden Fall, ganz klar, dass wir dabei sind, das lässt man sich nicht entgehen, liebe Zuschauer und wir machen nun.